Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Tutorial Video. Heute zeige ich euch wie ihr die Maxis Drohne auf der Map Origins zusammenbauen könnt und wo alle Fundorte sind. Und ich zeige euch auch noch ein Video wie ihr den Magna Beschleuner bekommt, also eine gepanchte Packer Punch Waffe. Das zeige ich euch alles gleich, also bis dann. So Leute, hallo nochmal, hier vor mir ist Tab und ich zeige euch jetzt wo ihr hier gleich das erste Teil finden könnt. Und zwar ist es gleich immer am Anfang im Spawnraum, also es gibt keinen anderen Spot wo es spawnen kann. Es ist immer auf dem Tisch dort wo ich hingezeigt habe. Für das zweite Teil müsst ihr dann zur Packer Punch Maschine gehen. Dort gibt es drei Spots für das zweite Teil und zwar hier einmal links neben den Kaugel und Tomaten ganz oben. Für den zweiten und dritten Spot müssen wir dann runter gehen. Der zweite Spot wäre dann hier oben in der Nähe vom Grammophon Spawn auch hier links neben der Kiste unten wo ich jetzt hinschieße. Auf jeden Fall müssen wir dann für den dritten Spot nach ganz unten gehen und zwar auf die Holzwege. Am besten geht ihr einfach die Route, die ich gerade gehe. Also auf jeden Fall gibt es dann nur hier diesen letzten Spot dann für das zweite Teil. Also wenn ihr dann hier runter geht, wäre dann, müsstet ihr es eigentlich auch schon sehen können, wäre dort dann, ja, der dritte Spot für das zweite Teil. Und somit kommen wir auch schon zum dritten und letzten Teil der Maxistrone und zwar müsst ihr hier über der Kirche Richtung Panzerausfahrt gehen. Am besten auf der rechten Seite erst testen, weil dort könnt ihr es auch am häufigsten spawnen. Wenn es dann hier auf dieser einen Seite nicht ist, müsst ihr die linke Seite abchecken und zwar wäre das dann eigentlich der gleiche Spot nur auf der rechten Seite. Und wenn es in keins von den beiden Spots war, müsst ihr dann in die Eishülle gehen und zwar ist es beim sechsten Generator hinter der Kirche einfach, dort drinnen wäre dann der letzte Spot. Sobald ihr dann alle Teile zusammen habt, könnt ihr zu einer Werkbank gehen und dort dann die Maxistrone bauen. Die Drohne kann wie gewohnt Zombies töten, aber auch andere Mitspieler wiederbeleben. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Gratiswaffe den Magna-Beschleuniger bekommt und zwar müsst ihr auf der Map vier Münzen zerstören mit der Maxistrone. Der erstmögliche Spot für eine Münze wäre dann über den Eingang zur Kirche hinein auf einem Holzbalken drauf. Der zweitmögliche Spot wäre dann auch auf einem Holzbalken, nur bei Stamming ab bei Generator 5. Der drittmögliche Spot wäre dann vom Spawn aus Richtung Generator 2 auf der rechten Seite. Gleich wenn ihr rausgeht, müsste so eine Feuerstelle sein, wo dann auch eine Münze wäre. Und der letzte Spot für die Münze wäre dann direkt bei Pack-Up-Hansch. Am besten macht ihr die am Ende. Das ist Richtung Kirche, direkt auf einem Holzbalken drauf. Und wenn ihr dann alle Teile zusammen gefunden habt, müsst ihr direkt vor Pack-Up-Hansch der Magna-Beschleuniger spawnen. Und somit habt ihr dann ein MG mit über 700 Schuss, was richtig geil ist. Aber auf jeden Fall, wenn euch das Video geholfen hat, wäre es schön, wenn ihr das Video tellen würdet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Tutorial-Video. Also Peace out und haut rein. Bis zum nächsten Mal.